Moin Moin und herzlich willkommen zu Nicht der Weisheit letzter Schluss. In dieser sehr kurzen Folge geht es darum, wie ihr einen externen SMTP-Server verwenden könnt, um System-Mails zu versenden. Das Ganze funktioniert mit MSMTP. Dann noch kurz über mich. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23, organisiere die Kilo-Op-Source-Linux-Tage, bin Dienstleister zu M23-Linux und freier Software. Letztendlich alles, was so anfällt. Dann gibt es einen wöchentlichen Livestream von Jean und mir in der Jean-und-Hauke-Show. Und ja, da ihr dieses Video schon gesehen habt, kennt ihr entweder meinen YouTube-Kanal oder meinen Peertube-Kanal. Dann zur heutigen Folge. Ich verwende verschiedene Mail-Server, um Status-Nachrichten zu versenden. Ja, zum Beispiel, wenn was automatisch aktualisiert wurde, möchte ich gerne eine Mail bekommen und dafür brauche ich eben einen Mail-Server. Und dieses Mal soll es eben um externe Mail-Server gehen. MSMTP ist so ein kleines Programm, was ein lokaler Mail-Server ist, aber die Informationen an einen externen Mail-Server weiterleitet, damit der auch wirklich die Mails zustellen kann. Informationen dazu findet ihr auf der Projektseite, dort, wo es jetzt so zappelt. Praktisch ist das Ganze, wenn ihr auf eurem System, von dem ihr diese Mails schicken wollt, keinen eigenen Mail-Server betreiben möchtet. Zum Beispiel, wenn ihr so ein Raspberry Pi habt, dann könnt ihr eben MSMTP verwenden, um System-Mails über einen externen Server zu versenden. Praktische Sache. Den MSMTP einzurichten ist relativ einfach, jedenfalls, wenn ihr das so macht, wie ich das mal vorbereitet habe. Ich setze erstmal verschiedene Variablen. Zum Beispiel dieses SSMTP-E-Mail. Dort schreibe ich rein, welche E-Mail-Adresse verwendet werden soll. Das ist quasi auch die Adresse, mit der ich mich gegenüber von meinem Mail-Server authentifiziere. Dann gebe ich bei Host an, wie der Host-Name von dem Mail-Server heißt. Also dieser SMTP-Server. Das müsst ihr einfach bei eurem Anbieter nachgucken, wie das heißt. Genauso wie der Port, unter dem dieser Server erreichbar ist. Dann braucht ihr natürlich auch noch euer ganz geheimes Passwort. Das tragt ihr auch noch ein. Und dann ladet ihr die Installationsroutinen, die ich schon mal vorbereitet habe, über Weget herunter. Und damit ihr die verwenden könnt, dann macht ihr auch noch .-tmp-commoninstall.inc. Dann sind diese Installationsroutinen geladen. Und im letzten Schritt verwendet ihr diese Funktion über ci-setup-msmtp. Und dann wird das alles eingerichtet und dann könnt ihr es benutzen. Ja, das war es für diese Folge. Ganz kurz könnte ich eigentlich ein neues Format draus machen. Noch ein neues Format, da es ja kein Nachschlag ist. Irgendwie, ja, ein Kurzformat will ich aber eigentlich jetzt nicht. Und ja, macht es nach, verwendet es so, macht es anders. Je nachdem, wie ihr es braucht. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Glocke drücken und das Übliche. Bis dann und tschüss. Abonnieren, Glocke drücken und das Übliche. Bis dann und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020